Guck mal, da ist Fisch, die kann man angeln. Ist bloß ein bisschen dunkel jetzt im Moment, um das richtig einschätzen zu können. Die Sonne geht auf, Herr Sebi, komm! Der Sonnenaufgang! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Oh, das gefällt mir hier gut. Was hast du da entdeckt? Eine Insel, da könnten wir uns in Ruhe aufbauen. Da willst du jetzt hingehen? Ich würde sogar hinschwimmen. Nein, ich glaube, da haben wir Freunde. Gibt es viele Freunde? Warum? Warum? Der schwimmt nicht mehr, weil er nicht mehr kann. Warum gehen wir nicht da lang? Oh, die Insel ist schön. Ich würde aber trotzdem sagen, wir bleiben erst mal hier. Was meinst du? Guck mal, ich habe hier Eierenohre gefunden, die ernte ich jetzt gerade. Und dann müssen wir uns aber dann systematisch was bauen. Oh, das hört gar nicht auf hier. Herr Sebi, was ist das hier? Guck dir das mal an. Ja, da gibt es ganz viel. 23, 24. Oh, das ist ja morgen früh noch. Hier ist auch so ein, so ein hübscher, so ein wichtiger. Zwei. Nein, das geht nicht damit. Da brauche ich eine andere Spitzhacke. Die habe ich noch nicht. Was ist das? Das brauche ich auch für Waffe 6. Habe ich noch nicht. Hier sind, hier sind aber gute Bodenschätze, Herr Sebi. Ach, hier ist ein. Kann ich mich mit ihm unterhalten? Tut der mir was? Er hat nichts dagegen, dass ich die Fässer zerkloppe. Oh, Kohlen. Du, dann sollten wir die Einheimischen erst mal in Ruhe lassen, ne? Wenn sie uns nichts tun. Ja. Ja, das ist noch, Herr Sebi, wo ich, ich bin ja hinter dir. Ah, da. Hier sind viele Dinge. Warte, ich komme erst mal zu dir. Hier sind Scharfschützen. Scharfe Schützen. Ich bin ja nur Level 10, Herr Kohlen. Ja, ich bin gerade mal Level 11. Ich auch. Du bist Level 12. Hier brauchen wir sogar schon Spitzhacke, Level 6. Ich wusste gar nicht, dass es Level 6 gibt. Die Frage ist, kann man ihre Bauten hier kaputt machen? Scheiße. Vermünden sie mal auf, wenn da... Okay. Goblins? Der hat Pilze fallen lassen. Wir müssen doch hier irgendwie raufkommen, ne? Das muss gehen. So. Dort. Ah, geschafft. Bisschen Pfeffer. Wenn man den Baum da jetzt hacken würde, wenn ich tun würde. Gift. Oh, du bist ja dick. Dick, ich hau dich, dicke. Dicke. Ach, hier bist du. Oh. Die sind aber nicht schlimm, Herr Sebi. Fünf. Vor allen Dingen, wenn man Pfeile hat. Oh, und in die Felsen schießt. Also, die Felsen kann man leider nicht zerstören. Diamant. Du Schellen. Hier gibt's Schwerter. Hier gibt's Hiebe. Ah, das wäre so eine schöne Insel zum Baum gewesen. Ich glaube, ich finde den die Ätze. Hä? Ich komme hier nicht rauf, weil ich das doofe Ding da habe. Der hat mich angezündet. Hä? Hier ist was? Da ist irgendwas drauf. Aber ich komme hier nicht oben rauf. Ich will jetzt hier oben auch mal rauf. Ich will, ich will, ich will, ich will. Na nun spring doch hoch. Ah, geschafft. Ha, 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 ha. Ich komme hier nicht rauf. Ich habe hier auch mal eine Truhe. Die mache ich jetzt mal auf. Ach doch. Ich habe ein Relikt gefunden. Ich habe ein Silver-On-Handed-Schwert gefunden. Also das, was wir hier haben. Wir sind sehr freundlich, ne? Zu den Einheimischen hier, ne? Also wirklich... Ja. Ich gehe da einmal auf die Spitze raus. So wie die Menschen sich tatsächlich aufführen, wenn sie hier oben, ne? Ich räume doch nur ein bisschen auf. Nehme mir mal noch ein bisschen Erze mit. All das ist... Wieder kein Problem. Warum, wenn man auf eins drückt, erwarte ich, dass dann die Waffen... Oh, der schießt er auf mich. Aua! Ach, die sporen nach. Leider, ja. Aua! Ja, wie kriegen wir denn... Wo kriegen wir denn diese Spitzhacken jetzt her, die wir hier brauchen? Weißt du auch noch nicht, ne? Über die Ära. Ach so. Ich ernte noch ein bisschen Eisen. Machen wir mal ein bisschen, dass hier abgeklopft ist. Ist ja schon Weihnachten. Vielleicht kann man da nachher Minen bauen. Verstehst du? Hm. Das heißt... Ich hab auch noch nicht fertig. Wo ist denn mein Ära-Dienst-Bomister? Hier war noch ne Truhe. Äh, Gladius. Was ist das denn? Was hab ich denn jetzt hier? Gladius. Silver-On-Handschwert. Silver-On-Handschwert. Äh. Gladius. Wo kann man das denn sehen? Attacke 122. 120. Nun probieren wir das mal aus. Vielleicht ist das hier schöner. Drei. So. Weißt zwar nicht, ob er jetzt die Ära baut, weil irgendwie hör ich sie nur und seh sie nicht. Und bist du schon wieder woanders? Auf den Sohn hier. Oh, hier gibt's ganz viel Silber. Guck mal, wo ich bin. Brauchen wir nicht Silber? Ja. Also, einen Kupfer hab ich auch schon. Der Kupfer guckt mich an und geht wieder. Jetzt haut er mich. Da oben klettert einer auf den Turm immer hin und her. Ah, die Ära hast du gebaut. Geht mich doch an. Guck mich nicht. So, also hier können wir auf jeden Fall hin, wenn wir, äh, das nächste wäre halt hier einfach nur eine Goldspitzhacke, das wäre schon das letzte an Spitzhacke. Aber nicht hier auf der Insel, Herr Sebi. Das ist mir, ne, nicht auf dieser Insel hier, wir wären ja hier dauernd beschossen. Ich guck gerade, was wir da bauen. Achso. Ich kann hier eh nix machen. Wäre eh nix die Teile dafür. Und wenn ich das hier machen würde, wäre es egal, es wäre eingeklekt, dann wäre es freigeschaltet. Ich krieg noch drei Spitzhacken, okay. Hallo Goblin. Das, das, das ist tatsächlich hier unendlich. Hört ihr gar nicht auf. Silber. Okay. Bist du denn noch irgendwo ein bisschen Erz? Hier ist doch alles voll. Äh, was, 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 was kommt von da oben? Die schmeißen mit Bomben! Hier fliegt ein Goblin und der schmeißt hier mit Bombenfässern. Hm. Cool. Oh, dann muss man Erz und... Da, guck mal, da fliegt er wieder, da kommt er, der Bomberman. Da hat er mich angezündet. Okay. 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 Ach, der, guck mal, da ist ein Dicker. Hallo, Dickie. Komm mal zu dir. Warte. Warte auf mir. Na, komm her, komm. Ja, ja, so geht das. Ich bin aggressiv. Au. Im Sprung. Sebi. Ich bin von oben gekommen und hab ihn mit dem Sprung erledigt. Was sagst du dazu? Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Mach dir gleich eine neue. Kann man die nicht reparieren? Repair. Mal gucken, was das bringt. Wenn die fertig ist. Ist wieder... Auf 100%, glaube ich. Kann das sein? Unmöglich. Jetzt baust du ja doch hier. Ich muss ja auch irgendwie, sagen wir, noch nebenbei verarbeiten. Ja, dann bau doch noch mehr hin, damit ich auch verarbeiten kann. Du hast doch alles eingesammelt, ne? Drei. Kann man den auch wegmachen? Der stört. Ach, hier kann man hochklettern. Das sehe ich ja jetzt erst. So. Du bist dir sicher, dass man das nicht kaputt machen kann? Aber ich hab's nicht mehr gepflegt. Nee, du hast recht. Geht nicht kaputt. So, ich hab nämlich hier ja auch noch so einige Dinge, die ich da rein... Glas könnte man herstellen. Was, was, was... Ich will... ...in die Fonaze was reintun. Hm, hm, hm. Leder kann ich verwerfen. So, was mach ich jetzt da? Ist auch egal. Ich mach das jetzt erst mal. Können wir das schon abbauen hier? Mit einer Titanium-Spitzhacke, ja. Ja, die hab ich ja nicht. Eher immer. Und immer die erlesensten Dinge hat er. Willst du ja das für dich herstellen? Ja, da brauch ich ja Titanium vielleicht. Oder so. Mit Titanium abbauen. Ja, wo denn? Mit Stahl. Ja, wo? Ja, wo? Ja, musst du die herstellen? Nein, wo ich das abbauen soll. Ja, Stahl stellst du doch her. Wo ich das Titanium abbauen soll. Eine Stahl-Spitzhacke hab ich doch. Jetzt gehst du einfach mal an der Werkbahn und nimmst dir die Titanium-Axt da raus. Und wenn das Titanium hier rumliegt, siehst du das schon. Das muss ich dir nicht sagen. Doch, du musst mir alles sagen. Ich bin alt. Ja, dann gehst du dir auch. Oh, danke. Dann machen wir das so. Die Angel kann ja auch erst mal weg. Dann nehm ich hier noch die Stahl-Spitzhacke und die Titanium denn für spezielle Fälle. Der Bogen ist aber wichtig. Der Bogen ist wichtig. Was hab ich denn da? Bohnen hab ich. Ja, Siebi, ich hab Bohnen. Ach, mein... Aua! Sag mal. Arschloch. Der springt mich einfach an. Ich hab hier ganz unschuldig gestanden. Gibt es eigentlich irgendwie eine Begrenzung vom Zeug? Ich mach mal meinen Bogen heil. Es ist natürlich gut, dass man die Sachen, wenn man denn nachher gute Sachen hat, dass man die dann auch reparieren kann. Ja. Sechs. Ich mach hier mal das Feuer. Dann können wir auf Fleisch und sowas nachher verbrutzeln. Das lege ich mal hier so daneben. So. Ich hätte es mal da oben drauf machen sollen. Das wäre noch eine Idee gewesen. Das Kämpfeuer oben auf diesen Posten hier drauf, wenn das geht. Mach dein Schwert für Schaden. Ich hab ein Schwert gefunden. Oh. Äh, hier. Hier wird nicht hausiert. Ah, jetzt hat er das Schaden gemacht. Ach, warte mal. Drei. Ach, meine Fresse. So, ich mach mal ein bisschen Baufreiheit hier. Das geht ja gar nicht. Äh. Er hat sich von allein bewegt. Ich hab's nur platziert. Ja, Sibi. So funktioniert das aber nicht. Das war creepy. Oh, nochmal 13 Tonium jetzt. So. Hast du die Werkbänke auch dabei? Ich geh da rein, ne? Na, mach mal zwei wieder. Äh, Moment. Und. Ah, warte. Eins. Ah, dann sag ich dir auch mal mit meinem Schwert Bescheid. Muss man nur ins Inventar gehen. So. Ich geh mal rauf. 155. ATK. Und MATK auch. Wenn das was sagt. Das hab ich aber in der Truhe gefunden, das Schwert. Kaufe ich nämlich beide, weil es sind beide... Ach, guck mal, das eine ist sogar mehr als das, was ich aktuell nutze. Das kann ich hier dann gleich verwenden. Na, Herr Wolf? Wolf? Ja, hier ist grad Party. Ah, ich darf den Ofen nicht mehr treffen. Wann ist der Ofen put? Das kann man aber alles reparieren, ne? Indem man's da platziert. Ja, ich hab's jetzt rausgenommen. Warte mal, ich hab hier noch... Max. Ah, 100. Ich bin bei 95. Also, der Schwierigkeitsgrad ist der Grund dafür, ne? Den wir jetzt erstmal gewählt haben, geh ich mal ganz stark davon aus. Jaja, sind wir ja schon längst tot. Ja. Au! Gehst du mal, gehst du runter vom Ofen. Hab ich keine Pfeile mehr? Das ist natürlich doof. Dann gehen wir in den Nahkampf. So. Ist das Relikt schon wieder da? Ist man das neu? Tatsächlich. Sammel ein. Ich... Wie passt denn das Inventar? Hallo, ich bin schon ganz weit voll. Deswegen fang ich schon an zu schmelzen. Ich wollte was bauen. Und zwar ging das an der Werkbank? Pfeile wollte ich bauen. Das kann rein. Das kann rein. So, ich hab mir jetzt erstmal 40 Pfeile gebaut. Ich bin dabei, 40 Pfeile zu bauen. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet. Wie? Dann lass die Pfeile da hin. Genau. Kann man auch noch ein anderes Schwert da einsetzen? Ne, das geht nicht. Kann ich noch die Axt da einsetzen? Nein, das geht nicht. Was hab ich denn? Wir haben... Äh, 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 nein, nein. Ich hab doch nur mal geguckt. Geh weg. Das ist meine Werkbank. Und das ist mein Sidi. Und wenn den einer hackt, dann hack ich. Und nicht du. Siehste? Siehste? Ganz kurz beim Markt. Dass wir beide nochmal schön 3500 kriegen. Und du klopfst dich schon wieder. Ich bin ein friedliebender Mensch. Du sagtest, ich hab jetzt eine Titanium-Spitzhacke, ne? Wir können jetzt Monster fangen. Da müsste ich ja jetzt alles abbauen können. Ich hab die drei gewählt. Na, wir sollten jetzt Gold abbauen können. Ich hab die vier gewählt. Was zu schade wäre, da zu lassen. Goldohre! Goldohre drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich kann auch höher. Ich hab's kaputt gemacht. 13 Goldohre gab es. Jetzt gucken wir mal, was das ist. Warte mal, was war das? Ach, das war Iron. Da hätte ich ja die nicht nehmen brauchen. Das schießt schon eher mehr auf mich. Ja. Die mögen dich. Ah, eins. Ach, du stehst. Sag mal. Hör doch mal auf, den Ofen abzufackeln. Falsch. Kann man hier nicht mal in Ruhe... ...fackel dir einfach den Ofen ab... ...Dinge suchen? Hm? Hahaha. Hör doch mal. Hör doch mal. Hör doch mal. Hör doch mal. Vielen Dank.